0 7 3 5 oh scheiße nicht der spacken gut ich wusste das ist dass ich mich hier verstecken muss was ist denn das fieber was ist denn das fieber ist er hin Da ist er. Ich habe ihn aber nicht gehört. Hallo? Was ist der Arsch? Ich ziehe ihn gerade nicht. Ist der hin? Scheiße. Ich ziehe ihn. Ich ziehe ihn. Ja, da kommt der Big Daddy. Ich weiß nicht, dass er der Sugar Daddy ist. Hup! Wenn wir ihn herlaufen können, um die Tür zu machen? Ob das geht? Ob das was hilft? Erstmal. Da kann ich gar nicht zumachen. Scheiße. Scheiße, er hat mich gesehen. Glaub ich. Oder? Was ist der Stuhl? Was muss ich jetzt machen? Da hinten nach hinten? Muss ich noch rumführen? Was genau muss ich jetzt machen? Geht nicht. Geht nicht. Geht zurück? Oh ja. Du hast es schon kurz. sediment. ja er singt sehr schön keine ahnung was ich jetzt ich glaube ich muss irgendwie oben durch diese türen oder so keine ahnung ey ich probiere es mal scheiße ich glaube unser freund kommt also hier geht es offensichtlich nicht weiter und scheiße jetzt gesagt hat nicht weiß was ich machen soll weiß wirklich nicht muss irgendwie den strom anschalten nur wie und wo komme ich da hinten oder habe ich ihn gerade ausgemacht das kann auch sein bestimmt ich habe ihn gerade ausgemacht das heißt ich muss wieder ins terminal unser blecherner freund ist hier ich muss jetzt wieder ins terminal ich bin rätseln der typ es ist Scheiße. Gut. Jetzt müssen wir mal nach oben. Geh zu! 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 Oh Gott. Okay. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Also jetzt, jetzt, ja. Also wer gesagt hat, bis jetzt gab es keinen Horror. Das war jetzt schon ein bisschen, ähm... Ich hatte jetzt ein bisschen Muffensausen gehabt. Ähm... Was haben wir hier? Partielle Datenwiederherstellung erfolgreich. Josie, wie ist die EPEC gekommen? Wir haben alles, was wir brauchen. Aber wir können die Planten nicht verlassen. Aber wir können die Planten nicht verlassen. Adam hat entschieden, dass wir Amy, Osaro und Kalsamka zu führen, um die Automatisierung zu machen. Und ich beteide sie über das. Ich wollte nur sagen, dass wir uns auf der Zeit haben, und ich werde mit dir sagen. Okay. All right. I'll pass along the whole check. Hm? Josie, heute Morgen für ein EPEC, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy at Kull. They'll be doing the talking as soon as I'll leave for Theta. Say hello. Hey Theta. Hello. Hey guys, I'm Peter Strauss, doing dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. All right, Josie. We have a safe trip. Hey. Hello? Theta? Absalon. What's up? We could really use direct contact with Heather. I mean, uh, Site Service Engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumarm relays are basically junk at this point. You could send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right. We just have to make do. Got you later. Hello? Peter, was it? I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on. What's happening? It's still the same plan, right? Yep. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. I'd like to hear. Okay. Du sagst, das war Action. Für mich war's schon ein bisschen, äh, Stress, sag ich mal. Gut. Ich hab gut da unten. Und ich weiß halt immer noch nicht, was es mit diesen Dingern hier auf sich hat. Man kann den Finger reinstecken und wird glücklich dabei. Moment. Luma Link unterbrochen. Manuelle Eingabe erforderlich. Machen wir gleich. Ich mach grad nochmal um. Unscharfer Text. Ja, nicht das, was du schon wieder denkst. Du denkst wieder an Popospielchen. Ist mir schon klar. New York. Status offline. Letzter Kontakt. 10. Januar. 21.03. Was? Das ist jetzt, das ist jetzt, also warum du mir jetzt diesen Teddy schickst. Ja. Ich sag da nix zu. Lissabon. Hauptstandort. Status offline. Letzter Kontakt. 12. Januar. 21.03. Nachricht. Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengungen der globalen Gemeinschaft, die Kollisionen doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos II sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit bis Aufschlag. 5 Minuten 13. Das klipste wieder, ne? Ist mir klar. London Status offline. Letzter Kontakt. 11. Januar. 11. Ihr wisst was ich meine. 21.03. Meine Güte, was ist heute los? Liebes Fräulein Wiktisjonstottir. Wiktisjonstottir. Interessanter Name. Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Y und Pathos II nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen Ihren Vorgesetzten, Jane Addams und den Rest des Personals danken. Sie sind wahrscheinlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir nicht sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Und ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Mit freundlichen Grüßen, Systemdirektor James Bloom. Also mit dem Lesen, das wird glaube ich nicht mehr besser bei mir. Cadiz Hilfsstation. Status offline. Letzter Kontakt. 12. Januar. 21.03. Nachricht. Johnsy. Du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben. Ja, aber haben die besseren Aussichten. Salut. Bin ich sicher? Ich bin wirklich nicht sicher. Hä? Bin ich sicher? Ich bin unsicher. Nein, bin ich nicht. Aber ich bin wirklich sicher. Das haben wir jetzt alles gehört. Hier stecke ich jetzt mal meinen Grablfinger rein. Hey. M �sí. B Éch. Bin ich jetzt neu? Wahrscheinlich. Zünd den Knaller. Höre. Gut. Standorte 2201, Y, Theta, Lambda, Delta, Omikron, Tau, Phi und Omega. Boah, ja nun. Fangen wir oben an. Standort Y von Seite Y aus nicht abanrufbar. Achso, wir sind ja Y und wir können uns nicht selber anrufen. Macht Sinn. 2202 Hallo? Ah. Hallo? Dieser Standort ist offensichtlich offline. Nun. 2203 Ah, Assassin's Creed. Hey, are you there? I found the domed ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jarrett, Simon, Jarrett. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work in Paisos too? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. I've seen a plane. This is all so strange. You're telling me. What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are downtracks connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Was? Was? Was ist denn jetzt die Phase? Shit, shit, where do I... Where should I... Oh, fuck! Au! Ich komme mir vor wie bei Tomb Raider. Du fährst irgendwas an und es geht alles kaputt. Los. Okay. Hallo. What? What the hell? How is this possible? This isn't... This is insane! Ich habe jetzt einen Anzug an. Wo habe ich denn den jetzt auf einmal her? Ja, es ist völlig normal, dass jetzt hier alles den Bach runtergegangen ist. Das ist natürlich völlig normal. So, klettern wir mal nach da oben. Und jetzt müsste eigentlich so ein bisschen die Dottie eigentlich kommen, ne? Das wäre eigentlich echt mal wieder eine Ausnahme, ne? Scheiße, wir spielen. Rapshaw war schon schwer. Ich bin der Unterwassermann und habe jetzt einen tollen Anstieg dran. Jetzt geht es auf Lambda. Da fällt kein passender Reim auf Lambda ein. Das macht aber nichts. Muss ja nicht immer Reimen. Will mich in diesen Kreis. Der Kreis ist heiß. Hallo! Gut, hier offenbar nicht. Ein bisschen Willen passt das. Raucherbereiche im Bahnhof. Die sind gelb eingekästelt. Jetzt den Knopf drücken. Drück den Knopf. Oh, es passiert nichts. Die Mechanik ist kaputt. Kaputt. Ich glaube, das wird mein erstes Emoji, wenn ich mal irgendwann welche habe. Ich brauche ein Kaputt Emoji. Nicht zufrieden? Dann gehe ich auf Lambda beim Lambda. Kaputt. Nee, kaputt. Nicht Carport. Was will ich denn mit einem Carport? Da brauche ich ein Auto. Ich habe kein Auto. Interessante Technik. Von Menschen erbaut. Unter was er hinstellt. Für welchen Zweck auch. Ich weiß es nicht. Carport. Ist doch das gleiche, oder? Coupot. Interessant, hier gibt es Bewegungsmelder. Egal wo ich hinkomme, mal nachts Licht für mich an. Das ist doch mal nett, oder? Mal sagen. Wie lange diese Riesenaffen hier nicht wieder angeschissen kommen, ist ja alles in Ordnung. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Ah, Scheiße. Okay, um, calm down. Es wird okay. Könntest du zurück nach Theta kommen? Ja, ich glaube so. Ich gehe für den Schall und den Außen. Gut, Katie. Ich rufe für dich.